so hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen und weiteren folge von let's play beyond two souls wir sind in unserem zeitstrahl unterwegs und sind bei der cia werden wir zeigen was wir hier drauf haben bzw was wir zu tun haben dein zimmer hier lernst und schläfst du für die nächsten drei jahre das training startet morgen früh um fünf sei pünktlich okay wir gehen hier den einer wie verkackt ich mache doch was willst du jetzt okay das ist ja wild okay das ist das ist wild das ist die steuerung jetzt genug platz haben mit der maus los fest zugreifen die bewegung aus und schwing dich so rüber heute noch vier und hochziehen komm schon komm schon komm schon ja ich mach doch ach so weit das genau so hoch kommt schon ich hab nicht den ganzen tag sein ja gut das training ist ja das zu der die so verkackt wo ich meine kopfzähne geben soll ich weiß nicht was das hier gibt ja ich mach doch ja ich ich drücke ich drück das doch ich drück das doch maus ist an Ja, ich mach Lass das Erkenn das doch, wenn ich da Ja, benutzen sie die Maus, was mach ich denn hier Du Spiel, ey, was soll das denn Ja Du, wenn das nachher so funktioniert Wie ich das die ganze Zeit schon mache Und jetzt unten drunter durch Ja, ist ja gut Merke Ein großer Ein großes Mauspit braucht man für hier Vielleicht muss ich doch mit dem Controller arbeiten Fangen wir nochmal an Das ist gar nicht so einfach Ja, jetzt hab ich nicht aufgepasst Ich drück doch Du scheiß Spiel Ich drück doch Was soll ich denn sonst machen Meine Fresse Zack Zack Spät Ja Ah, okay Ich Sag mal Was willst du denn von mir Okay Und, äh, nee, nicht runter Fuck Ganz ehrlich Ich hol gleich einen Controller Weißt du was Ich hab ja hier irgendwo auch einen Controller rumfliegen Moment Das kannst du mir nicht erzählen Dass das Ding einfach nicht erkennt Dass ich das mit der Maus die ganze Zeit mache Das geht doch safe im Controller Natürlich geht das mit dem Controller Spiel mal jetzt einen Controller Was soll's Okay Jetzt weiß ich natürlich nicht die Steuerung Im rechten Stick Okay Alles klar Komm Gib her Das machen wir jetzt Ich hab noch nicht angefangen Ich hab Was Das Spiel erkennt das nicht Was soll das Ich mach doch das die ganze Zeit Ich Ich bin zu früh Okay Sie schlägt Und ich muss nachziehen Das ist das Was ich mit Blick Erinnert Okay So viel Zündung Das wird besser Ey komm Als ob das so schwer ist Ich hab noch nicht angefangen Okay Fuck Raff dich erstmal auf Ja okay Jetzt kommen wieder die Controllerleger-Szene Ich ziehe die ganze Zeit nach unten Was willst du von mir Runter Drücken Ich hab gedrückt Nein 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 Abfassier dich Mal Was So oft Ich drück doch die ganze Zeit Zack 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 Äh Nicht ducken Ja Fuck Ich duck der immer Wir haben hier Zeit Zu früh Aha Und die nächste Runde Ja Ich Okay Du musst anscheinend Nachdem du es gedrückt hast Gleich wieder in Neutralposition Und dann musst du runtergehen Zu spät Ich Lass mich doch bitte Tasten dafür drücken Und nicht in den Controller in irgendeine Richtung drücken Danke Fangen wir doch mal an Fuck Fuck Und sonst so Ich Konzentriere mich doch Du Drecksgame Ich drück die ganze Zeit Das Richtig Was willst du von mir Erkenn das doch einfach Meine Fresse Ich weiß nicht Wie ich es zu machen habe Aber es funktioniert halt nicht Äh Jetzt hab ich eine Vertriegelung gedrückt Alter Runter Vorwärts Danke Fang dir nochmal an So Jetzt können wir den ganzen Scheiß nochmal machen Pam pam Also links rechts Fuck Warum drücke ich da immer nach unten Es ist doch nichts Besonderes dabei Es ist nicht so kompliziert Fangen wir nochmal an So Jetzt Links rechts Treten Warum gehe ich nach dem Tritt immer noch unten Das gibt es doch nicht Meine Fresse Zu früh Wir nehmen 100% vom Spiel mit Gell Unter Treten Ich hatte doch Nein Nein Konzentriere dich verdammt nochmal Leider Klar 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 Kör was willst du von mir ich mach das doch dieses scheiß game das geht jetzt schon zehn minuten so ich abgedrückt immer auch noch rechtzeitig das spiel mich echt verarscht zack zack treten dann geh doch mal an Ey, das gibt's doch nicht! Das kannst du dir nicht ausdenken! Oh mein Gott! Es ist doch nicht mein Kampfspiel! Also, das mache ich mit Tastatonmaus und wenn ich zehnmal wechseln muss. Ich wollte von Anfang an mit Tastatonmaus spielen. C. Okay. Lehnen gedrückt halten. Okay. Ah, okay. Ich muss nicht mal zielen. Hier schießt von selber und zieht von selber. Also. Gut. F ist M-A-A, oder? 1 durch K. Was willst du? Komm, schreiben, schreiben, schreiben! Hä? Was ist das? F ist M-A-A, oder? Was willst du? Komm, schreiben, schreiben, schreiben! Hä? Ich mach doch! Ich trinke mal so einen Schluck. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so beschissen sein könnte. Okay. Ich weiß, was liegt. Zimmer aus. Mu. Und die N. Exzellent, Jody. Okay, Rekrut! Jetzt haut diese Ölfässer da um! Das muss ich für alle reichen müssen. Fast, ey! gut und jetzt weiter auch nicht schon wieder versuchen wir es mal mit dem tasteton maus aber die gehen doch gar nicht nach rechts, die gehen doch nach unten zu spät, ich mach das die ganze zeit, du Drecksspiel sie denkt, wir werden es lieber in die richtung zu gehen falsche richtung, es geht doch nur in eine richtung nach links, ich hab, soll ich mir jetzt doch irgendwie irgendwann die nahen system auch scheiß maus fett machen, zu spät, was soll der kack meine fresse führe ich hier viel ich mach das, falsche richtung, ich geh nach links, es gibt nicht so viel option, meine fresse ey ok ähm was zur hölle das ist Aiden er verteidigt mich sofort Schluss damit, Holmes, jetzt verdammt, er bringt die noch um es reicht Aiden es geht mir gut erklär deinem Ding dass es ein Training ist er soll keine umbringen ich kann ihm keine Befehle erteilen er ist eine wilde Bestie und kein verfluchtes Haustier wenn mir jemand weh tut, dann greift er halt an, verdammt wir sehen uns dann morgen hm nicht schon wieder hm 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 los jetzt hm 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 das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein Komm schon, zieh dich hoch, zieh dich hoch. Ach, beide natürlich sind das, ja. Alles, zwei Heimalkons auf die Gunde. Oh, das ist nicht. Das ist cool, dass das Ding geht. Komm schon, noch einen. Du schaffst noch einen. Ich glaube an dich. Sehr schön. Komm schon. Ja, wunderbar. Oh Gott, wir werden das auch aufs Maul kriegen. Das sehe ich doch jetzt schon. Komm schon. Auf ein Knie, konzentrier dich und gleich von vorn. Oh, okay. Das ist ein Knie. Ich glaube, der darf uns ziehen, oder? Der Arme. Ja, okay. Wir machen das hier ganz nicht. Okay, das ist... Komm, jetzt machen wir das mal nochmal richtig. Bleiben wir schön bei den Cs. Und einmal mitnehmen, bitte. Ich hoffe, du tötest die nicht. Das ist nur eine Übung. Wenn wir hochgehen, lasst gar nicht mehr, wenn wir da oben sind. So, Kollege. Ich gebe mir mal einen. Und gebe mir die Fässer hier. Die Fässer kann ich nicht mehr wunderbar. Ich sehe halt nichts. Okay, der ist da hinten. Ich habe mir den irgendwie weggelotst. Nein, ich bin der Jumper. Kann ich gar nicht, oder was? Da geht's. So geht's. Nicht übel, Jodie. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Ryan. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Gut nehmen. Danke, Sir. Ja, Jodie. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jodie. Herzlichen Glückwunsch. Alter, hab ich aufs Maul bekommen. Das kannst du ja keinem erzählen. Nicht gespielte WC-Badrängen notwendig. Anstrengend nicht entdeckt. Jo. Nicht gut im Kämpfen. Ja. Vielleicht sollte ich doch einstellen, dass ich mich nicht gut mit Computerspielen auskenne, weil wenn der das nicht richtig erkennt, obwohl ich das Richtige mache, dann habe ich davon auch nichts. Naja, wir werden sehen. Okay, also die CIA hat mich ordentlich gefordert, würde ich sagen. Also das Kampftraining halt, weil das lief halt absolut kacke. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Vielen lieb fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.